Lassen Sie uns zu Jesus Christus, unseren Meistern, Betern, Erhaben und Apostel zu Ihren Diensten berufen. Für alle, für unseren Heiligen Vater, unsere Bischewerinnen und Christen, damit sie in der Kraft meines Heiligen Geistes den Glauben weitergehen. Für die Politiker, vor allem für christlichen Länder, damit sie die Hürde und die Aufgabe der Kirche beachten und unterstützt sind. Für die Ausbreitung des katholischen Glaubens in allen Ländern der Welt, vor allem für die Visionierung der Muslimen. Für die Menschen in unserer Heimat, die sich vom katholischen Glauben unabär entfernen und vieles nicht mehr wissen. Für die Menschen, die ernsthaft auf der Suche sind nach der Wahrheit Gottes, dass sie in unserer Kirche befinden werden und zu wahrhaften Christen werden. Wir bitteln dich erfreien uns. Und viele Ehrungen zum Priester drum und zum Allensstand. Wir bitten dich, Herr Hörer uns. Wir bitten dich, Herr Hörer uns zu retten, denn wo Menschen nicht verbrich, mag ich doch die Deine nicht. Nein, du kannst das Heißen reden, Deines Kindes nicht verschillen. Zeige, dass du Mutter bist, wo die Mutter am Größten ist. Ich danke, dass es sei, Mutter der von Herzigkeit. Amen.